Ich bin die Monika, ich komme aus dem Buschertal und ich habe eigentlich gleich sagen gewählt. Ich finde SKV ist eine super Sache. Man ist sehr, sehr viel mit anderen in Kontakt. Dann fragt man alle weiter mal etwas Neues. Wenn man ein Jobmodell braucht, dann kommt man da anders schnell. Sieht die richtigen Leute. Über Veranstaltungen und so fragt man alle möglichen Sachen. Was so im Land passiert. Man kann einen Haufen neue Kontakte knüpfen. Und ich kann das eigentlich gleich weiterentwickeln.